Das Internet ist schon eine höchst interessante Fundgrube und ab und zu bekommen so manche Dinge doch noch mal etwas mehr Aufmerksamkeit, als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde. Vor mittlerweile drei Tagen hat ein ganz normaler Passagier, ein ganz normaler Typ, ein Bild von seinem Easyjet-Flug auf Twitter gepostet. Ja, und das Bild wurde Stand heute Mittwochabend ganze 23.000 Mal retweetet und bekam knapp 45.000 Gefällt mir Angaben. Was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt in einem kurzen Video mal eben etwas genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und kurzen Video, wieder aus etwas ungewohnter Umgebung aus dem Hotel. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, ich muss wahrscheinlich gar nicht groß erklären, worum es bei diesem Bild geht. Da sitzt ein Typ in Flugrichtung links am Fenster und fotografiert die Reihe vor sich. Und in dieser Reihe fehlen bei drei Sitzen die Rückenlehnen. Das sieht schon mal ziemlich abenteuerlich aus und das ist auf jeden Fall nicht so, wie es richtig ist. Aber wirklich irritierend ist dann die Tatsache, dass auf dem Bild zumindest auf einem dieser Sitze eine Frau sitzt. Und da stellt man sich dann ja doch schon mal kurz die Frage, was denn hier eigentlich los ist? Die Frau wird doch so nicht von London nach Genf geflogen sein. Die Bildüberschrift sorgt dann nochmal für zusätzliche Verwirrung. Denn Easyjet hätte jetzt Ryanair geschlagen, weil jetzt hat man hier ja die erste Fluggesellschaft, die keine Rückenlehnen mehr an ihren Sitzen hat. Wie kann das erlaubt sein? Und dann, spätestens wenn man das gelesen hat, stellt man sich echt nochmal kurz die Frage, ob es nicht eventuell tatsächlich irgendeine Ausnahmeregelung gibt, die das Fliegen mit solchen Sitzen erlaubt. Easyjet selbst meldete sich kurz darauf ebenfalls unter dem Bild mit einem Kommentar und bat den Passagier darum, das Bild zu entfernen und die Angelegenheit per Privatnachricht mit der Fluggesellschaft zu klären. Denn dass sich jetzt im Internet tatsächlich tausende Leute ernsthaft Gedanken darüber machen, wie die arme Frau denn jetzt nach Genf geflogen ist und wie denn eine Fluggesellschaft drauf sein kann, sowas zuzulassen, das ist nicht unbedingt die Art von Aufmerksamkeit, die eine Fluggesellschaft im Internet gut gebrauchen kann. Um die Sache jetzt aber wirklich mal ein bisschen aufzuräumen, gehen wir aber einfach mal mit ein paar handfesten Infos an die ganze Nummer ran. Prinzipiell soll ein Flugzeug selbstverständlich zu 100% heile sein, wenn es mit Passagieren gleich von A nach B fliegen soll. Aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das nicht immer der Fall ist und das ist auch erst einmal gar nicht schlimm. Immerhin besteht ein Passagierflugzeug aus so vielen tausenden wirklich kleinen Einzelteilen, teilweise auch für die Flugsicherheit vollkommen irrelevanten Einzelteilen, wie beispielsweise der Halterung des Seifenspenders in der Toilette hinten links, dass es vollkommen albern wäre, die Maschine aufgrund eines solchen Defekts am Boden zu halten. In der Luftfahrt nimmt man das mit defekten Teilen des Flugzeuges aber glücklicherweise sehr, sehr genau. Und deswegen gibt es sehr ausführliche Dokumentationen, auf die die fliegende Besatzung, aber natürlich auch die entsprechenden Techniker Zugriff haben und in denen dann tatsächlich auch solche Sachen aufgeführt sind. Auch solche Dinge, die wie gesagt für die Flugsicherheit vollkommen irrelevant sind, wie beispielsweise eine defekte Halterung des Seifenspenders in der Toilette hinten links. Da steht da drin. Kein Witz. Natürlich wird jetzt aber kein Passagierflugzeug aufgrund eines defekten Seifenspenders aus dem Verkehr gezogen. Denn dann hat man ja nicht mehr nur einen Passagier, der sich eventuell über den kaputten Seifenspender ärgert, sondern man hat 200 Gäste, die jetzt am Boden stehen bleiben, hat Verspätungen, die man eventuell an diesem Tag gar nicht mehr auffohlen kann, weil man gerade einfach das entsprechende Einzelteil nicht zur Hand hat oder wie auch immer. Also das Flugzeug fliegt selbstverständlich immer noch absolut sicher mit diesem Seifenspender von A nach B und das wird dann auch gemacht. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Jetzt ist es aber nicht bei allen Bauteilen der Maschine immer sofort absolut offensichtlich, ob das Flugzeug jetzt damit wirklich fliegen kann oder eben nicht. Und damit man hier jetzt nicht willkürlich irgendeine Entscheidung treffen muss oder nicht irgendeine Entscheidung willkürlich treffen kann, gibt es eine sogenannte Minimum Equipment List, kurz MEL. Ein Flugzeughersteller gibt für seine Maschine eine sogenannte Master Minimum Equipment List vor. Eine Liste von Teilen, Bauteilen, irgendwelchen Dingen, irgendwelchen Instrumenten, irgendwelchen Bordequipment, irgendwelchen Sachen, die halt eben fehlen oder kaputt sein dürfen, ohne die Einsatzfähigkeit des Flugzeuges zu zerstören. Die einzelnen Items in der Liste, die können dann zwar durch die Liste mit irgendwelchen entsprechenden Procedures, mit irgendwelchen extra Verfahren verknüpft sein, die von der fliegenden Besatzung dann angewandt werden müssen, wenn dieses Teil eben kaputt ist, um damit sicher von A nach B fliegen zu können. Oder die können auch verknüpft sein mit bestimmten Reparaturintervallen. Das heißt, das und das Teil, das kann zwar kaputt sein, muss dann aber definitiv in drei Tagen wieder heile sein, sonst bleibt die Maschine am Boden. Das kann alles in einer solchen Liste stehen. Ganz grob gesagt ist diese Liste also tatsächlich maßgebend dafür, um zu entscheiden, wie kaputt ein Flugzeug tatsächlich sein darf, um damit jetzt noch mit Passagieren von A nach B fliegen zu können. Die einzelnen Fluggesellschaften können dann aus dieser Master Minimum Equipment List zum strengeren hin ihre eigene Minimum Equipment List machen, an die sich dann die Besatzung halten müssen und an der sie sich dann auch orientieren können. Und schauen wir jetzt einfach mal in eine solche Minimum Equipment List rein, dann finden wir dort tatsächlich die Rückenlehnen. Die steht also tatsächlich in der Minimum Equipment List drin, mit dem Vermerk, dass sie nicht für das sichere Fliegen von A nach B benötigt wird. Das heißt, die Rückenlehne, die darf tatsächlich fehlen. Und dann steht da aber noch eine weitere Information drin, und zwar darf aufgrund der fehlenden Rückenlehne kein Notausgang in irgendeiner Form blockiert sein. Jetzt schauen wir nochmal auf das Bild, dann ist das zwar eine Notausgangsreihe, aber blockiert wird hier durch die fehlende Rückenlehne auf gar keinen Fall irgendwas. Dann finden wir in dieser Liste noch einen weiteren Vermerk mit der für uns jetzt interessanten Information, und zwar wenn die Rückenlehne fehlt oder kaputt ist, dann darf der Sitz nicht durch einen Passagier benutzt werden. Und das wurde hier auch nicht gemacht. Also, am Ende des Tages eine ganz klare Sache. Sieht zwar absolut dämlich aus, was da an der Kabine abgegangen ist, aber nichtsdestotrotz, das Flugzeug darf so fliegen. Hier ging alles mit rechten Dingen zu. Die Maschine hatte einen Schaden, aber damit nicht alle Leute jetzt am Boden bleiben müssen. Ein Ersatzflugzeug geholt werden muss, wie auch immer, damit sich das nicht alles verzögert, konnte das Flugzeug nach einem Blick in die Mell mit diesem Schaden fliegen. Und die Passagiere sind trotzdem sicher an ihr Ziel gekommen. Und in diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass auch in diesem kurzen, etwas, ja vielleicht etwas eiligen Video ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.